Oh, gegen die Wand gehen. Oh, ne Waffenkiste gibt's hier. Was ist denn da drin? Ne Pumke. Ich hab' der hat mal mit. Oh. Schrot-Gewehr-Munition, Pistolen-Munition, Maschinen-Gewehr-Munition, Erste-Hilfe-Spray. Alles da. Wunderschön. Oh, nix davon kann ich mitnehmen. Jetzt kommt hier gleich eine. Ich hab' zu viel Zeug und ich kann nicht nix davon mitnehmen. Hm. Mach' ich den hier am besten. Kann ich ja nachsehen, wenn du hast noch Heile. Kann ich das hier ja benutzen? Oh. Ich hab' das Gefühl, dass der Schwarz mich immer beschießt. Da oben. So, ich muss mich entscheiden, nehme ich das erste Hilfespray mit oder die Munition für dich? Hm. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ja, dann nehme ich das erste Hilfespray. Bist du hinten zu den... Ja, okay. Hat sich schon. In den Häuschen da ist... Ach, das ist der Schwarze. Unser Schwarze ist das. Hahaha. So. Hier hab' ich Macken Munition. Toll. Lappen. 1 a 4. Schön. Hm. Hm. Und so. Und so, das ist die andere Seite. Ah, ich... IC. Ein rotes Kraut, das ich nicht verwenden kann. Ich hab' aber noch ein grünes. Das könntest du, wenn du noch Platz hast, kombinieren. Ja, hab' ich noch. Sehr gut. Oh. Oh, er schreit hier. Ich nicht. Oh. Über mir kommen welche. Zu beiden Seiten. Hallo Schippemann. Tschüss Schippemann. Wo bist du denn? Ja, ich bin nach vorne gelaufen. Oh, das... Warte, lass' los. Den Schalter nicht betätigen. Warte mal. Hier ist noch Pistolen-Medition. Das ist... Deckung. Nee. Deckung will ich nicht. Nein. Ah, ich bin voll. Da unten liegt auch noch Pist... Das ist auch noch. Warte mal, ich kann hier... Nee. Dada kombiniere mit Dada. Ja. Hier ist noch mehr Pistolen-Munition. Jetzt hab' ich ja wieder Platz. Ups. Hier ist Schrot-Munition, ne? Auf dem Fass. Tatsächlich nicht. Ich bin voll übersehen dran vorbeigelaufen. Gut, ich glaube, soweit... War's das dann? Wir haben zwei Schalter. Einer auf der einen, einer auf der anderen Seite. Ja. Dann klettere ich noch mal. Rüber. Wie so'n Kraut. Das kann man hochklettern? Ja. 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 Dann kannst du's. Ja. Aber ich kann das Ding hier benutzen. Es ist ja keiner mehr da. Ach. Ich habe Angst, dass hier jemand ist. Aber hier ist niemand. Öffnen. Wo? Ach nett. Geldmarkt. Um 300 Geld. So, wo ist das hier? Ja. Kannst du da... Kannst du da... Dann springt du da, wo du jetzt gerade entlang gelaufen bist runter. Dann gehe ich zum anderen Hebel. Ja. Dann sparen wir uns den besten Weg. Nee. Ja. Wie tätig. Okay. Voll, voll. Jetzt aber schnell zurück zum Bild. Komm, ich verliere uns wieder rum. Ich glaube schon. Ach das... Boah, fuck. Hier kommt wieder so Scheiße angeflogen. Was ist hier? Ja. Fickt euch alle. Fickt euch. Habe ich. Habe ich erledigen können. Huch. Ich bin auf dem Weg zum Boot. Mach Platz hier. Landrotten. So. Bin auf dem Boot. So. Ein Geruch. Tschüss. Den Erwin. Oh, dir geht's gar nicht gut. Ich wollte gerade heilen. Ich wollte gerade heilen. Oh, schüttel. Oh, schüttel! Oh, schüttel! Oh, schüttel! Ich bin jetzt auf. Wir müssen zu machen! Wir müssen denemeinen. Volker, gib ihm. Was sind Sie mit ihnen zu tun? Sie sind nur eine Excella-Play-Thinge. Das war Ihr Master. Was sind Sie mit Ihnen? Was sind Sie mit Ihnen? Was sind Sie mit Ihnen? All right! I'll take it away! I'll take it away! This... Won't you two just die already? You're making me look bad! Who do you think got this entire operation on Big Brown? I won't. Research like this doesn't fault itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not in war. Don't do it! I'm Bobby on anything you could ever hope to become! I'm Bobby on anything you could ever hope to become! Oh shit! I just had an extreme makeover! Get out of here! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Why are you coming from here? Oh shit! Suck. Oh shit! Oh shit! ich weiß gar nicht, wie sein Algos Muster aussieht, oh der kommt Zentakels, viele Zentakels. Gehen wir uns kurz zurück, ich glaube es ist nicht richtig, wo wir das gerade stehen. Ich muss auf diese Helle, auf diese Helle. Ich schieße einfach auf irgendwas, ich habe hier einen Granatwerfer oder sowas. Oh voll daneben. Hier sieht man das wenigstens, dass das irgendwie mal überhitzt oder so. Also das war nicht, bei mir hat das vorhin angezeigt. Ja, also schon, aber man sieht das jetzt am Schuss selbst, dass das überhitzt. Oh, hinten am Boot? Ach, man sieht das ja auch auf dem Map. Oh, ich bin zu spät. Ich habe gedrückt. Ich habe gerade gedrückt. Ich habe gerade gedrückt. Ich bin so ''Mix''. Oh. Oh. Oh, das ist wieder links. Oh. Das ist der Granatwerfer. Jaaa. Ich muss mir hier ein Kontakt jetzt ausmissen nehmen. Oh. Wann ist das in die Flاء? Oh. Ich finde woanders. Wie schnell überhitzt denn dieser Kranat? Er schießt einmal und nimmt Vorsicht. Hast du das gesehen? Ja, die Schnaps wechs war sie. Haps, klein und rund mit einem Haps in seinem Mund. Ja, komm hier, finde ich. Ah, ich muss mich wieder heilen. Was ist das Ding? Ja, ich brauche keine Heilung, dann gehe ich schon mal an den Granatwürfer. So, jetzt war ich auf jeden Fall, dass man ausweichen muss. Ich habe gedrückt. Voll gedrückt, ey. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, nach hinten. Ja, ich brauche zumindest bei mir. Ja. Ah, ich brauche jetzt mal direkt wieder raus bei mir. Oder ist er schon wieder weg? Mal. Woah! Uah! Oh! Wow! Ihh! Oh! 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 Oh, oh! 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 auf der linken seite will schönes backbord Ich finde den Kampf scheiße. Bislang ist er nicht so brechen gegangen. Da kann auch nicht mehr irgendwas von wegen ausweichen oder sowas. Haben wir ja nicht. Wir haben im letzten Vergleich viel Energie. Ich habe noch Zeugs, ne? Ja, ich auch. Ich komme doch gar nicht so schnell hin. Sonst ist er schon wieder weg. Tentakel-Bomb ist das. Das war sehr gut, gut und schnell. Der hat auch gesessen. Ja. Bist du tot? Hm, glaube ich nicht. Zunge. Ja. Ich habe doch gedrückt, du Pisser. Das hat mir auch für mich geworden. Jetzt spiel. Das war das. Wieso? Bist du ... Bist du aber auch nicht in den Bild? Das geht doch aber auch. Aber jetzt war gleich irgendwie die Tentakel weg. Bist du das? Überhitze! Ich weiß, dass ist überhitze! Das tut doch voll geil, ey. Auf dem Airbnb! Mann, das war zwei L1 verklickt halt los, ne? Das müssen wir halt ausröchen! In dem Fall musst du dann L1 loslassen. Ja, aber... Willst du mich eigentlich verarschen? Die sollen da draufbauen. Der Balance des Wildes ist verändern und du bist völlig obliquiert. Was veränder? Was sagst du? Was sagst du? Ist das das Uroboros Project? Ist das das? Niemand kann das stoppen. Uroboros wird verändern alles, was wir kommen zu haben. Chris! Chris? Herr Chris. Was ist so lustig? Wie wissen Sie von mir? Wie is das? All your answers a way to head Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them... Die-in´s so bad, but it´s not gonna change anything! You still screwed! We Ace fun time here! Chris! Poor bastard. Jetzt was? Wir gehen weiter. Wir haben jetzt knapp zweieinhalb Stunden. Das ist doch schön, das ist auch ein guter Punkt jetzt einfach zu sagen, nö, jetzt Schluss. Ja, genau. Aber ich meine, ins Menü können wir nochmal gehen? Ja. Gehen. Ja. Wir haben ja irgendwas bekommen, irgendwas geiles? Einen Schatz für vier. Dann kann ich hier die... Hier kann ich ja dann auch mal weglegen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch gespeichert wird. Weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt gerade eben auch im Menü angefangen. Ja, wir haben jetzt auch im Menü angefangen. Dann denke ich, fangen wir beim nächsten Mal auch wieder Menü an. Ja. Also mache ich jetzt einfach gar nichts mehr hier. Genau. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass euch diese Aufnahme gefallen hat. Und dass du auch ein bisschen Spaß hattest. Ja, sicher. Das ist schön. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.